Oh, ohne zu wissen, wie das jetzt rüberkommt, quasi für das Archiv. Einfach mal rumgerissen. Das war so wirklich ein Tag der Rekordbevölkung. Das weißer geht's nimmer. Anders kann ich das nicht nennen. Das waren zwar einzelne Wolken auszumachen über denen, aber dann doch... ...denn immer wieder alles noch weiß war. Mit nebenbei akut auftretender Müdigkeit meinerseits. Also da bin ich zu nix zu motivieren an solchen Tagen. Da fehlt also jegliche Power. Anders kann ich das nicht beschreiben. Demotivationswetter. Gut, reicht jetzt auch. Wir sind ja rum. Tschüss, bumm, peace. Aber das sieht überhaupt nie nach peace aus. Das sieht kacke aus. Na gut. Tut. Gut. Beautiful.